Stress lass nach. So mag manchmal dein Stoßgebet sein. Manchmal heißt ja, ein Unglück kommt selten allein. Wenn du irgendwann mal Schwierigkeiten hast, plötzlich kommt eine nach dem anderen, ein Stress nach dem anderen. Und so ist deine Sehnsucht Stress lass nach. Was kannst du tun, dass der Stress nachlässt? Eine einfache Methode ist, besuch einfach das Seminar bei Yoga Vidya, das heißt Stress lass nach. Oder mach ein Yoga-Meditation-Einführungswochenende mit oder auch eine Yoga-Ferienwoche. Dort machst du alles, was du brauchst, um wirklich loslassen zu können. Im Alltag gibt es einige Techniken, um nachts Stress nachlassen zu lassen. Eine Möglichkeit wäre tiefe Bauchatmung. Nimm einen Moment der Stille, egal ob im Sitzen, im Stehen oder im Liegen, sogar im Gehen, sogar beim Autofahren. Atme vollständig aus und sage entspannen. Atme sanft einatmen, aufladen. Vollständig ausatmen, entspannen. Sanft einatmen, aufladen, entspannen. Neue Energie, Entspannung. Neue Energie, Entspannung. Und du kannst dir auch vorstellen, dass beim Einatmen Licht von oben in dich hineinströmt bis zu dem Bauch. Und beim Ausatmen lass die Energie vom Bauch über das Harz bis zum Kopf gehen. Einatmen Energie von oben zum Bauch und Ausatmen schickt die Energie hinunter zu den Beinen und Füßen. Einatmen Energie von oben zum Bauch. Ausatmen die Energie durch die Arme in die Finger. Einatmen Energie von der Erde zum Bauch und Ausatmen vom Bauch in alle Körperteile gleichzeitig. Einatmen Energie von der Erde in den Bauch. Ausatmen den ganzen Körper. Atme so mal ein paar Mal und der Stress lässt nach. Sage nicht nur Stress lass nach, manchmal tu etwas dafür. Zum Beispiel diese Übung.